Ich bin die Christina, ich komme aus Essen. Ich bin Make-up Artist und Friseurmeister. Meine Freundin ist ja Fotografin. Wir sind schon ein gut eingespieltes Team. Wer ist jetzt Fotografin? Sie, die jetzt toll macht, ist Fotografin und Stylistin. Ich glaube so Multifunktionstalente muss es sowieso generell geben. Ich gebe auch Workshops tatsächlich für Fotografen, die Make-up und Styling selbst machen möchten für ihre Shootings.